hallo und herzlich willkommen leute zu einer folge von shadow warrior wie man wohl unschwer auf diesem bild erkennen kann gehe ich einfach mal davon aus dass wir wieder so eine art bosskampf haben sowas naht just like im maggot schub maggot kenn ich gerade irgendwie nicht was fach hoji you're one of the ancients why didn't you tell me you created the whisperers hold on there now no need to be an accusatory adam i invented those things but as far as i know i only made one enro made his own later i'm not responsible for my brother's action your brother they're um all these agents they're all my brothers there wasn't a good time to bring it up why did you create these whisper things that's the brilliant trick i played on myself the memory of why i did it is locked inside the whisperer i made it's really quite clever sure genius hey we all make mistakes okay i crippled my memories you worked for a sociopath megalomaniac who sold the human race up the river can we call it even i need to get to zilla and i don't think i can do it without you but you try anything and i will stab this god damn sword through your heart i appreciate you being direct take a freaking lesson being direct makes me castle just shut up for a minute okay enra needs a nobitsurakage to sacrifice one of his own he's trying to awaken the girl i can give a shit what he wants you fuck with my realm you fuck with me okay okay also dieser unser unser schöner freund wie er auch gerade immer heißt ich komme gerade auf den namen er hat diese dinge erfunden so zu sagen aber warum weiß er nicht genau weil diese erinnerung hat er sozusagen in so einem von diesen whisperern also in dem einen den er erstellt hat sozusagen also erschaffen hat abgespeichert und das und dem sein bruder dann wiederum hat mehrere von den whisperern erstellt wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe so gerade nachschauen was unser katana jetzt kann oder ähm edding 5 percent chance zu train health from enemy alles klar also ähm lebensraub sondern hier sind wir wieder in einer epischen welt dieses mal nicht von lava umgeben so wie das aussieht dass sie stark nach ähm hier hinten Elektrizität vielleicht Strom vielleicht unser unser nächstes Geht was ist das Meso ist Against what Hell if I know I don't think even Meso knows Enders orders Yes sir, no sir, three bags full sir Exactly Sie denke ich jetzt das andere Sogar ein bisschen Also wir gehen durch das Tor Erstaunlich richtig erstaunlich Was ich sagen Ich finde das Ich finde solche Bauwerke Also finde ich manchmal schon Riesig genial Obwohl ich sagen muss Was ist hier ist jetzt so Naja Wow Wow Scheiße man Ein bisschen kaputt hier die Brücke Boah der sieht ja schon hart aus irgendwie Scheiße man Scheiße 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 Äh bin ich grad zum Teil am öffnen oder nicht Leute ich weiß es nicht Alles klar Alles klar Also der ist jetzt hier Was haben wir denn hier für Ah ok Also mit dem hier müssen wir das Ganze machen Flammenwerfer haben wir ja auch Muniz Ich weiß nur nicht genau wo wir Raufschießen müssen Ich gehe einfach von dem Dingens aus Äh Okay also hier liegt jegliche Muniz Anwege ist Es ist dann wohl Ziemlich egal Was wir dann letztendlich benutzen Fuck man Nein das hat irgendwie auch nichts gebraucht Ähm Im Refreshen Ich bin einfach der Meinung Dass es das ist Was uns hoffentlich weiterbringt Äh nein das wird schon gar Alter Der ist ja mal mies irgendwie Nein das wird schon Oh man ey Okay warte Nein die will ich auch nicht Die will ich auch nicht Hier die Er verliert kein Leben Oder Ah jetzt aber oder Ja Ah jetzt läuft es Okay fragt sich jetzt nur ob das jetzt Zeitmäßig bedingt war oder Äh vielleicht doch nicht Komm schnell da wo ist hier Munition Das hätte ich doch jetzt fast schon verpasst gehabt Nein So verschwinden die jetzt alle Ich glaub der ist böse auf uns Ich hab Ich hab einfach so das Gefühl Ah jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hier in so'n Oh fuck Also Schnell Ah, das ist... Jetzt verstehe ich echt, was das für ein Vieh ist Ich frage mich die ganze Zeit, was das für eine Art von Wesen ist Ich habe gerade festgestellt, es ist ein Pferd Und, äh, in der Nähe davon zu bleiben ist definitiv keine gute Idee Ich renne jetzt mal einfach ganz fresh hier rund und sammle ein bisschen und die Zirn auf Komm, schneller Einen kriegen wir noch Komm, noch einen Dann haben wir Fuck Oder müssen wir den wirklich so lange verarschen dann, oder? Hm Ich weiß nicht, ob wir den jetzt einfach nur so lange verarschen müssen Bis er dann, äh, wirklich sein, äh, Dings öffnet, oder? Wie es genau ist Was muss die hier sein? Glaub ich mal Was hält ihr? Okay oh gott ich vergesse ganzes reden machen einfach folgendes und bleiben ja einfach mal stehen der wird uns ja schon mit banden damit oder naja so viel damit hat das jetzt man die flügel welche die hier wieder kommen die hier dann stehe ich wünsche uns schon drauf ich bleibe es einfach stehen ja aber dann muss ich jetzt eine andere ich muss zu einer anderen ich weiß kann was mehr bringt ob man die ganze zeit sprintet oder dann wirklich nur so stückweise dass das hat reingehauen nein wieder dieses siegel gehe ich davon aus doch wir waren richtig wir sind richtig wir sind richtig jawohl na doch können wir nichts mehr es ist gerade einfach verschwunden oder was okay das wechselt die munition ständig also die art von munition die darin ist